Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner-News. Heute geht es um Digital Detox, mal eine Zeit lang ohne Handy leben. Es dreht sich sehr viel um Tiere, beziehungsweise Tiere fotografieren. Wir fliegen zum Mond. Es gibt eine schnelle Schnellwechselplatte aus Deutschland. Interessante Themen für jeden was dabei. Florian, Florian Smith, nicht Schmidt, sondern Smith, der war bei uns schon im Podcast, wenn du wissen willst, das ist ein wirklich, wirklich guter Tierfotograf und der ist sehr häufig in Skandinavien unterwegs und hat mit seiner Frau zusammen jetzt Skandinavien Unberührte Wildnis als Buch rausgebracht, ein dicker Schinken mit natürlich tollen Bildern drin. Und zwar nicht nur Tiere, aber auch Tiere, aber er macht auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr, sehr gut, Landschaft, Tiere, Landschaft, Skandinavien, auch Text drin, so ein bisschen Storys, die die beiden da erlebt haben, wirklich sehr lesenswert. Kein Affiliate und so weiter, ist einfach ein netter Typ. Ich verlinke ihn, das kann man direkt bei ihm bestellen, im Eigenverlag und so weiter. Ich habe ein ernstes Wort mit ihm gesprochen, weil es nicht im Wiesner Verlag ist. Das hätten wir natürlich gut zusammen machen können. Vielleicht ein nächstes Mal. Sehr wohl gemeinsam gemacht haben wir Gemeinschaftsprojekt, heimische Tiere fotografieren. Tipps und Tricks, wirklich toll geworden. Also ganz toller Bildband natürlich auch, selbst wenn du die Fototipps gar nicht lesen willst, sind auch die Bilder natürlich toll. Wie zum Beispiel, was haben wir dann hier mal schönes, dass ich nicht andauere, zum Beispiel der Lenzen mit den Schmetterlingen. Also es ist ein Schmetterlingscover, aber es geht nicht um Schmetterlinge. Auch, aber nicht nur. Sondern natürlich sind da auch, ganz interessant wusste ich tatsächlich nicht, dass in meiner Wohnung wahrscheinlich die Bücherskorpione, also es geht nicht nur um Insekten, das ist jetzt Zufall, sondern zum Beispiel auch hier bunte Vögel und Füchse und so weiter und so fort. Wirklich tolle Sache. Das einzige Problem für dich ist, dass ich Pause mache und deswegen gibt es das erst Ende März. Aber dabei ist der Marco Hoffmann, der Thomas Hinsche, Sarah Böhme, Nico Sonnearm, Ferry Böhme, Thomas Hinsche, Ferry Böhme, Ferry Böhme, Christian Wappel, Markus Lenzen, der Chris Grauland natürlich, Marc Schäfer, Stefan Vogler, Christian Wappel habe ich glaube ich noch nicht gesagt, Daniela Graf, Sarah Böhme und so weiter. Also wirklich, wirklich, wirklich ein rundes Projekt. Ja, aber gibt es erst Ende März. Mehr dazu dann Ende März, nochmal als Erinnerung. Und nicht vergessen, das Chris Grauland Buch, das gibt es natürlich noch. Und nicht vergessen, Porto freier Versand ab 50 Euro, also die beiden zusammen bestellen, aber erst Ende März, weil erst dann kannst du sie zusammen bestellen. So, und ich habe dann im Urlaub nicht so viel zu tun. So, spannende weitere Themen sind, die Fuji X106, da wurde mutmaßlich schon seit Monaten vorproduziert. Und zwar gibt es wohl schon so, man munkelt so 60.000 bis 90.000 Einheiten gibt es schon, aber klar, wenn sie sich weltweit verteilen und die liegen irgendwo im Lager, müssen jetzt verschickt werden und so weiter, nicht durchs rote Meer, potenziell etc., ist ja alles kompliziert geworden. Das heißt, das dauert natürlich einen Augenblick. Die ersten sind ausgeliefert worden. Bei Photohama habe ich gehört, die erste Lieferung ist schon raus aus dem Haus und da kommen jetzt halt ständig neue nach. Und er sagt, die Verfügbarkeit ist nicht so schlimm wie früher. Das soll besser sein als bei der 5. Aber das muss ich jetzt auch erst einpendeln. Das dauert natürlich 1, 2, 3 Wochen, bis das so ein bisschen alles routiniert läuft. Von China in dem Fall, wird in China produziert, bis nach Bochum zu Photohama, ist ja doch ein langer Weg. Stell dir vor, du willst ein neues Produkt auf den Markt bringen und du erwartest, dass du 240.000 Einheiten davon verkaufst in 2 Jahren. Wir sind dann also 10.000 im Monat. Das ist die Frage, wie machst du das mit der Produktion? Die Idee ist ja, du hast eine Achse hier, du hast da T dran und da hast du halt eben Menge dran. Dann hast du hier 2 Jahre und dann ist ja am Idealfall, hast du halt eine Produktion, die so ein bisschen hochfährt, dann hast du sie und dann fährst du sie nachher wieder runter. Und dann hast du halt hier im Monat irgendwie 10.000 Einheiten. Die Frage ist ein bisschen, wie machst du die Produktplanung, dass du die Einführung machst? Weil im Idealfall wäre das so, du bringst das stolze Produkt vor, spricht sich rum, es wird viel gekauft, gleichmäßig gekauft, dann wieder runter, weil dann hast du die optimalen Kosten. In der Wirklichkeit ist das aber ja nicht so. Sondern die Nachfrage, die ist in der Regel so, dass du hier so eine Kurve hast. Das ist ein unglaublicher Peak am Anfang, gerade bei teuren Sachen ist das so, wie jetzt in der neuen Fuji X106. Da wird sehr, sehr viel ganz am Anfang, in den ersten Tagen gibt es ganz viele Vorbestellungen und so. Da werden die ausgeliefert, abverkauft und dann bricht das total ein und dann hast du so ein bisschen so sehr gleichmäßig und irgendwann am Ende geht das halt so ein bisschen runter, weil keiner das mehr haben will. Und das ist immer das Problem, deswegen wollen die Filme vorproduzieren. Das heißt, idealerweise hast du den Peak eben nicht da, sondern vielleicht hier oder hier irgendwo, sodass du auch ausliefern kannst, weil du willst das Zeug ja auch loswerden. Du willst aber nicht vorproduzieren unheimlich viel, weil das Kosten verursacht. Also es ist immer so ein bisschen Spielerei, wie man das hinkriegt. Aber das Entscheidende ist dieses hier und deswegen sind am Tag des Releases auch Leute wie ich, die Influencer, wir bringen das immer am ersten Tag raus, weil die Firmen das gerne möchten, dass es totale Hype ist und so weiter, dass alle sich darauf stürzen. Weil für die Kostenstruktur, für die Firma ist es ideal so und so und die Produktion läuft so, beste Kostenstruktur. Für die Kunden nicht, weil dann viele Kunden sehr lange warten müssen. Deswegen sind wir so ein bisschen, wie viel produziert man vorher, dass nicht zu viele warten müssen und so weiter. Ein aufrollbares Stativ habe ich gefunden. Der Kollege von ValueTech, der hat da kurz das Video zugemacht. Ich glaube, der erste Gedanke war natürlich sofort, oh wie cool. Weil klein ist nicht leicht, also es ist nicht leichter als ein normales Stativ. Aber es ist halt sehr klein, sehr kompakt, wenn man das zusammenrollt und es passt dann natürlich ins Handgepäck. Weil ich habe jetzt neulich auf dem Norwegenflug, da habe ich eben ein Stativ am Flughafen gesehen, das erste Mal tatsächlich. In der Regel landet das im Koffer, weil du hast Spikes dran und so und das große Ding und so. Keine Ahnung, also ich versuche es gar nicht erst. Also ich weiß nicht, wie gut das im Handgepäck geht. Aber das sollte gehen, warum nicht? Also es ist ja zusammengerollt und kompakt, wenn das vom Gewicht her passt. Aber ganz ehrlich, also selbst der Typ, der Sales-Typ, das dauert ewig, das Ding aufzubauen. Und wie stabil das nachher wirklich ist und wie stabil das nach zwei Jahren noch ist und so. Also ich sehe mich nicht damit irgendwo am Strand stehen. Aber zumindest eine witzige Idee und vielleicht hast du ja einen Case, wo das genau für dich richtig ist. Sehr wohl praktisch, glaube ich, ist eine schnelle Schnellwechselplatte. Spin, das ist eine deutsche Firma, kannte ich tatsächlich nicht. Und die haben dann eine coole Schnellwechselplatte gemacht. Das heißt, die Idee ist, du hast einen Gurt um. Ich verlinke jetzt den Trailer von denen, ist gut, kann man sich mal angucken. Du hast einen Gurt um, hast die Kamera an dem Gurt hängen, Hände frei. Und dann, wenn du die Kamera brauchst, dann hast du nicht immer den blöden Gurt irgendwo rumhängen, sondern klickst es einfach raus und hast sie in der Hand. Gibt es auch von anderen Filmen, aber das ist scheinbar ein sehr... Also sieht sehr pfiffig aus, das System. Scheint gut zu funktionieren. Zumindest vermarkten sie das so. Ich habe sie nicht in der Hand gehabt. Sehr wohl schon in der Hand gehabt habe ich die Nikon Z9 nicht gewesen. Bin ich leider auf dem Mond. Die NASA möchte wieder auf den Mond. 2026, wie das so ist mit solchen Plänen. Und dann soll eine modifizierte, allerdings Nikon Z9 mitkommen, damit die Astronauten auf dem Mond dann Fotos machen können mit der Z9. Aber da müssen natürlich große Knöpfe ran, weil die, meine, echt dicke Handschuhe haben. Nichts mit... Ein Finger guckt aus dem Handschuh raus, wie ich das gerne mache. Weil dann ist der Finger abgefroren, gehe ich mal von aus. Also natürlich... Also Anforderungen natürlich. Wie kriegst du das hin, dass die Kamera da funktioniert? Woher weißt du, dass sie da funktioniert? Weil was wäre das für eine PR-Panne? Stell dir vor, die Kamera fliegt da hoch und sie stellen dann oben fest auf dem Mond, dass hier die Kamera nicht funktioniert. Ein Debakel für Nikon, oder? Aber ausprobieren können sie es nicht. Sie können nur irgendwie raten. Aber sie haben Erfahrung. Also Nikon Kameras sind da schon lange im Weltraum. So. Wenn du eine Nikon Kamera hast, so wie ich, ich habe die Nikon Z8 hier liegen. Und ich war gerade in Norwegen und bin sehr, sehr häufig gefragt worden, warum ich denn die Nikon nicht mitgenommen habe, sondern die Sony. Und die Nikon Z8 ist ganz klar eine bessere Kamera als die Sony A7 IV. Ist ja auch sehr viel teurer. Natürlich ist sie besser. Und die hätte ich auch gerne dabei gehabt. Aber kein Klapp-Schlenk-Display. Ich bin halt als Ein-Mann-Bude unterwegs und muss mich auch mal wieder selbst filmen. Und dann natürlich das Problem, es gibt kein 1635 oder vergleichbar. Und das schreiben ganz viele. Aber es gibt doch das 1430. Ja, das ist halt nur F4 und das ist auch sehr viel günstiger als das 1635 von Sony. Das ist schon nicht so gut. Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Also eigentlich das bessere Objektiv, wenn Geld eine Rolle spielt. Aber wenn du maximale Qualität willst und wenn du vor allem nachts fotografieren willst, dann ist das 2.8G-Maß natürlich besser. Und sowas gibt es von Sony halt nicht. Von Nikon halt nicht. Aber sehr korrekterweise haben mich diverse Leute darauf hingewiesen, dass es Adapter gibt. Also ich hätte die Nikon mitnehmen können, mir einen Adapter kaufen können. Und dann hätte ich Sony-Objektive an der Nikon betreiben können. Und dann habe ich gesagt, das ist auch so ein Quatsch. Warum soll ich da nochmal Geld ausgeben, wenn ich beides hier liegen habe. Aber falls dich das interessiert, wenn du also Sony-Objektive an Nikon nutzen möchtest oder Sigma für Sony an Nikon, dann gibt es einen Adapter. Megadap ETZ21. Ich habe ihn mir nicht angeschaut. Drüben bei DPReview gibt es ein Review dazu. Und die waren davon recht angetan. Vielleicht ist das ein Thema für dich, weil du Objektive brauchst. Zum Beispiel das neue Sigma, 15mm Fischauge und du hast eine Nikon-Kamera und hättest gerne das Ding. Mit dem Adapter sollte das gehen. So, Sony-Produktionsprobleme, Fragezeichen. Auf Sony Alpha Romas gibt es einen Artikel, die behaupten, dass sie Produktionsprobleme haben, weil diverse Kameras und Objektive angekündigt werden, dann aber erst Monate später verfügbar sind. Nicht so wie Fuji das gemacht hat. Kamera angekündigt und eine Woche später wird die erste ausgeliefert. So kennt man das ja normalerweise heutzutage auf dem iPhone und so. Das ist ja auch so ein Riesenproblem, dass es eine Riesen-Nachfrage gibt. Und wie kriegst du das hin mit der Produktion? Und da wird halt schon was vorproduziert und es sind zumindest mal ein paar verfügbar. Und dann kommt das halt rollierend. So, also scheinbar, man munkelt, dass es da Probleme gibt. Ich darf ja halt mal wieder nicht über alles reden, aber ich sage das einfach mal, dass 2450, 28, das ist ja vorgestellt worden. Und da hatten sie mich, ich war in einem NDA-Call, also die haben das vorgestellt, ich war in einem Zoom-Call da drin und da haben wir darüber gesprochen. Und dafür musste ich ein NDA unterschreiben, dass ich da eben nicht darüber spreche vor dem Release-Datum. Ich habe drei NDAs gekriegt, zwei habe ich mir geschrieben, am dritten habe ich dann gesagt, ihr könnt mich mal, mit verändertem Datum, veränderte Uhrzeit nachher nur. Und ich sage, nee, also komm, ordentlich, also jetzt mal langsam albern irgendwie. Also die haben da auf jeden Fall, das Problem ist mir so folgendes. Das eine ist, du hast ein Produkt fertig und willst, dass es auf den Markt kommt. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, verstehe ich wirklich nicht, ist das ja immer top secret irgendwie. Die wollen ja immer nicht, dass das vor dem Release-Datum irgendwie schon bekannt wird. Keine Ahnung warum, weil da gibt es für mich gar keinen Grund. Aber es ist halt so. Und irgendwie wird es halt doch immer wieder geleakt. Also immer geleakt. Und dementsprechend, du hast das Produkt fertig, jetzt merkst du Produktionsprobleme, wir müssen Produktionseinführung zwei Monate verschieben. Aber du bist dir sicher, das Produkt wird geleakt. Jetzt kannst du sagen, okay, du wartest zwei Monate. So würde ich das machen. Oder du sagst halt, okay, du stellst es schon vor, damit es nicht geleakt wird, sondern du es selbst leaken kannst und wartest zwei Monate. Für den Kunden doof. Andererseits kann man sagen, okay, der Kunde weiß schon, dass es kommt und kann warten oder so. Also kann man halten, wie man möchte. Und jeweils ist es immer ganz, ganz heikel, dass da bloß nicht zu früh irgendwie Informationen rauskommt. Und schreibt gerne einen Kommentar, warum. Ist doch völlig wurscht. Ich als Kunde, wenn ich weiß, das kommt, habe ich einen Vorteil. Weil wenn ich mich nicht entscheiden kann zwischen A und B und ich weiß nicht, dass es C gibt, dann entscheide ich mich zwischen A und B. Aber wenn ich weiß, C gibt es auch und C ist vielleicht genau das, was ich brauche, dann warte ich vielleicht auf C. Also ich würde Produkte, deswegen kündige ich sowas immer sehr früh an, weil ich möchte, dass das viele kaufen und dass Leute das früh wissen, dass sie sich schon mal sparen können oder sich drauf einstellen können. Na gut. Lieferbar ist Wildrocks 27mm, also ein bisschen die gleiche Schiene. Habe ich neulich ein Video dazu gemacht, das war aber noch nicht verfügbar, man konnte es vorbestellen. Drüben bei Roller ist das jetzt verfügbar, lieferbar. Also falls du sie bestellt hast, solltest du es inzwischen auch in der Post haben, beziehungsweise kannst du es jetzt bestellen und zeichnet geliefert bekommen. Tolles Objektiv, da habe ich sehr von angetan. Auch da immer so ein bisschen, weil Wildrocks das irgendwann bekannt gibt, das wird geleakt sowieso vorher schon und ergibt das vielleicht schon irgendwo als Reimport und so. Kompliziertes Business. Wenn du dich für Fotos interessierst, die Finalisten vom Sony World Photo Award, also noch nicht die Finale, sondern die Finalisten, verlinke ich drüben. Wie immer lohnt es sich, das da total reinzuschauen, weil das sind schon echt hammergute Fotos. Also interessante Fotos auch dabei. Halt auch so ein bisschen Tagesgeschehen und so weiter. Also auf jeden Fall lohnt es, da durchzugucken, was so die Profi-Profis machen. Dann Storys der Woche. Das Beste aus dem falschen Film gemacht. So, wo ist es? Das Beste aus dem falschen Film gemacht. Der Flokografie war unterwegs, analog. Der hat sich eine analoge Kamera gekauft, eine Yashica Mat 124G. Und wollte Leuchtturm fotografieren und hat den falschen Film eingepackt, nämlich einen schwarz-weiß-Film, hat das Shooting dann aber sehr gerettet. Also tolle Fotos war rausgekommen, mit toller Stimmung. Und gerade das Titelbild mit der Spiegelung von dem Leuchtturm statt dem Leuchtturm. Also tolles Foto, schön gesehen mit der Bildkomposition. Und es stört überhaupt nicht, dass das jetzt nicht rot-weiß ist, sondern im Gegenteil, es passt zu dem analogen Look natürlich auch total dazu. Also hat er gut gemacht und den Tag sozusagen gut gerettet. Und auch gut gerettet hat sich der Christoph, Christoph Schäfer, der war in den Alpen unterwegs und wollte eigentlich zum Centis und nicht Radsport fotografieren und wollte also Landschaftsfotografie machen. Und dann kam der Radfahrer zufällig vorbei, also die kennen sich nicht. Ich hoffe, er hat ihm das Foto irgendwie gegeben, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls ist der an ihm vorbeigedüst und das hat er sehr toll eingefangen, die Dynamik. Also ziemlich cool eingefangen. Sieht ein bisschen komisch aus um die Räder rum. Ich weiß nicht, er hat eine sehr kurze Verschlusszeit. Wenn du das Bild anklickst bei uns, dann siehst du die Exif-Daten, wenn sie drin sind. Nicht jeder exportiert die mit Exif-Daten. Also in dem Fall hat er ein 3200 Zill. Also hat er gut geschaltet, weil spontanaktion und schnell auf sehr kurze Verschlusszeit. Oder zufällig, kann auch sein. Jedenfalls eine sehr, sehr kurze Verschlusszeit. Trotzdem ist um die Räder rum, ein bisschen verwaschen und so. Weiß ich nicht, ob das komischer Effekt ist oder ob das tatsächlich einfach, weil die Räder sich so schnell drehen. Wenn er da einen Pass runterfährt und ein Rad ist, dann kann er natürlich schon ziemlich schnell sein. Und irgendwann hast du dann auch bei 3200 Zill Bewegungs- und Schärfe drin. Also weiß ich nicht, ist auch keine Kritik. Bin ich nur drüber gestolpert. Also toll eingefangen, die Stimmung. Dynamik, wirklich Dynamik. Halt Weitwinkel-Look, sehr, sehr nah dran. Für nicht abgesprochen, ziemlich nah dran. Also wirklich Hut ab, gut gesehen. Christopher. So und dann das Magazin gibt es also erst im März, habe ich gesagt, weil ich meiner Frau versprochen habe, dass wir mal so ein bisschen Urlaub machen, Detox machen, Frühling kommen, der Garten muss in Ordnung gebracht werden, mal einen Ausdruck mit der Familie machen und solche Sachen. Hier mal ein paar Sachen klar machen, also mal zwei, drei ruhige Wochen. Und das hatte ich meiner Frau versprochen und sie hat Urlaub genommen und so weiter. Und dementsprechend muss ich das dann auch machen. Das mag ich ja gar nicht so. Warum mal zwei Wochen nicht arbeiten, ist ja gar nicht so mein Ding. Na gut, versprochen ist versprochen, damit nicht gebrochen. Meine Tochter ist jetzt sechs Jahre alt und hält mir das immer vor, du hast es versprochen, wenn ich irgendwas gesagt habe, dass wir vor dem Abendbrot noch irgendwas machen, du hast es versprochen, du hast es versprochen. Aber selbst hält sich dann auch nicht immer an die Versprechen. Da arbeiten wir noch dran. Aber ich bin ein gutes Vorbild. Ich halte mich an meine Versprechen. Also ich versuche mal Detox zu machen. Die Idee dahinter ist natürlich so ein bisschen, dass ich halt auch mal zwei Wochen das Handy nicht so viel in die Hand nehme, nicht den ganzen Tag auf Instagram rumhänge und ich andauernd Kommentare beantworte und so weiter. Also natürlich, der normale Verkauf läuft weiter hier im Shop. Und natürlich gucke ich mal einmal am Tag in die E-Mails rein, aber nur noch einmal am Tag und nicht alle Stunde oder so. Versuche ich mal. So, mal gucken, was meine Nerven dazu sagen, ob ich das durchhalte. Das ist ja nicht so. Naja, es kommt der Frühling. Vielleicht gehe ich viel aufs Fahrrad oder so. Mache ein bisschen Sport, gehe schwimmen oder so. Die Dinge, die wir machen. Na gut, ich habe es versprochen. So, also, ich hoffe, du kommst auch gut in den Frühling. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann voraussichtlich erst wieder Ende März. Ich habe noch ein paar Videos vorproduziert, die aber, glaube ich, erst im April kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wir sehen uns gleich erst wieder Ende März. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.